Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Foundation. So, das Stoffproblem haben wir ja in der letzten Folge noch erfolgreich gelöst zum Schluss. Dann gibt es jetzt aber noch so ein paar andere Probleme, die wir lösen müssen. Zum Beispiel, dass der Woodcutter anscheinend voll ist. Und zwar der hier unten. Wir könnten eventuell dem entgegenwirken, wenn wir einen zweiten Schreiner bauen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir momentan echt knapp bei Kasse sind. Aber wir machen ja jetzt noch hier so ein bisschen Sammlerhütten-mäßig was, ne? Meine, ne? Edward, der verkauft hier wie ein Irrer. Warte mal, wir können ja mal gucken. Das müsste doch eigentlich... Ah, wir sind bei 4 von 5. Ja, nice. Jakobo. Äh, Joakob. Erzähl oben. So, und sobald hier Irin noch einen Stein zusammenmeißelt, haben wir auch unsere Schneiderei fertig. Dann können wir hier tatsächlich auch Sachen noch verkaufen. Das ist cool. Was ich gerne mal machen würde, ich würde gerne den Markt nochmal umbauen. Weil hier hinten, das gefällt mir nicht so. Hier ist eher so der Dorfmittelpunkt. Jetzt hat sich irgendwie so rauskristallisiert. Deswegen würde ich gerne noch da was hinbauen. Machen wir jetzt auch. So, Markt. Lebensmittelstand. Drehen. Ja. Hier. Bäms. Bäms. Wir können ja einfach zwei lassen. Wir haben ja eigentlich eh genug Leute, wo wir gerade auch nicht so wissen, was die alles machen sollen. Deswegen geht das schon. So. Muss das jetzt noch gebaut werden oder ist das? Achso, Baubeginn. Alles klar. Schneiderei ist fertig. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, wir müssen noch besorgen. Das heißt, wir müssen eine Weizenfarm machen, eine Windmühle und eine Bäckerei. Das kostet uns insgesamt eiskalt mal 600 Gold. Wir sind bei minus 45. Also dauert es nicht mehr so lange. Wir gucken mal kurz. Handelswaren. Wir haben alles außer 20 verkaufen wir. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich im Verkauf drin sein. Und sobald hier mal wieder eine angelaufen kommt, warte mal, ist das auch unsere, unsere Zone noch hier. Die normalen Zone hier. Das. Das gehört auch noch uns. Okay, cool. Cool, cool. Was mich tatsächlich wundert ist, dass die hier nie arbeiten. Weil, ich glaube. Oh Gott. Habe ich das jetzt echt gemacht, dass die von hier nach da laufen, um das hier hinzubringen, um das dann da hinzubringen? Kein Wunder, dass hier die Leute Hungersnot leiden. Nee. So. Äh. Case, Winn, Caterin, wie auch immer. Du verkaufst auch noch Beeren. Verkauf jetzt einfach alle Beeren. So. Hier wird Kleidung hergestellt. Er hat schon Kleidung im Verkauf. Oh, der verkauft die für 20. Oh, guck mal, was unser Geld auf einmal steigt. Oh, ja, nice. Ach nee, der verkauft die für 10. Genau. Oh, das ist gut. Freunde, wir haben Kohle. Wir haben Kohle. Das heißt, wir bauen mal eine schicke, schicke, schicke Weizenfarm. Und zwar bauen wir die hier hinten hin. Wo hätten wir denn so ein Plätzchen? Ich kann kein Brot liefern. Ich hab nicht mal Brot, Mann. Wir bauen das mal hier hin. Pass auf. Machen wir das mal hier. So. Und dann können wir nämlich Landwirtschaft machen. Dann machen wir nämlich hier landwirtschaftliche Fläche. Ich weiß nicht, ob das genug ist, ob das zu viel ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall passt das schon so. So, dann müssen wir das nur aus dem Abbau rausnehmen, damit das nicht dann weggemacht wird. Das wäre nicht cool. Dann machen wir hier. Dann machen wir das hier noch so. Gut. Dann schauen wir mal. Sehr, sehr gut. Also er stellt tatsächlich relativ schnell Kleidung her, muss ich sagen. So. Eins verkauft für acht. Oh, der verkauft jetzt für acht. Hat er das nicht nur für zwei verkauft? Nee. 24, 400, 200. Ah. Okay. Editieren. Ich kann den Markt jetzt auch einfach ändern, ne? Oh, ich habe hier neue Sachen freigeschaltet, sehe ich gerade. Eisenschmelze. Ein Schmied. Eine Köhlerei. Und eine Eisenmine. Kann ich denn eine Eisenmine hinbauen? Hier ist eine Eisenmine. Oder da ist zumindest ein grüner Fleck. Ich weiß ja nicht. Hier auch nochmal. Da zeichnen wir eigentlich die sinnvollen Anbaugebiete an. Oder die möglichen. Ob die sinnvoll ist, sei mal nicht hingestellt. Das heißt, wir müssen uns quasi dieses Land hier als nächstes klauen. Da können wir ja mal schauen. Wie war das denn nochmal hier oben, ne? Territorium. Erhöhte königliche Steuern um 50. Ist das Land kaufen für 500. Das können wir uns dann doch noch nicht so ganz leisten. sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben ja zehn Kleidungen drinne. Das heißt, wir bekommen gleich wieder Geld. Dann sollten wir uns echt unsere eigenen Werkzeuge tatsächlich herstellen. Weil momentan kaufen wir die an. Und das ist tatsächlich sehr teuer. Muss ich sagen. So, Holz wird auch weniger. Das ist auch gut. Wolle. Wolle haben wir echt noch wie Sand am Meer, ne? Aber sobald wir Brot haben, können wir ja unsere Handelsroute öffnen zu den nächsten. Und die kaufen ja, glaube ich, Kleidung, ne? Ja, für zehn Gold. Und auch Wolle. Und Kräuter. Wir können Glas, Eisen und Kohle kaufen. Sehr cool. Guck mal, der verkauft Werkzeuge für zehn und der verkauft Werkzeuge für 40. Theoretisch könnten wir von Müddl uns Wolle kaufen und an Norsbury verkaufen. Da würden wir Geld mitmachen. Das wäre auch sehr cool. Warte mal. Wir können hier tatsächlich Beeren einlagern. Wir haben ja, glaube ich, auch eingestellt, dass die Beeren bis zu 30 verkauft werden, ne? Und dann könnten wir hier Wolle einlagern und Steine einlagern und was hätten wir noch? Kleidung. Da können wir auch ein. Da haben wir alles im Lager. Sehr schön. So, hier noch ein dabei. Haben wir zwei Träger. Es läuft. Es läuft. So, rausbringt. Zehn Werkzeuge. Sehr schön. So, mittlerweile. Also mit dem Essen. Das funktioniert jetzt relativ gut, seitdem wir es hier gerallt haben. Oder ich es gerallt habe. So, der verkauft ordentlich. Der verkauft auch ordentlich. Der verkauft richtig ordentlich. Der verkauft auch ordentlich. Die verkaufen alle gut. 16 Kleidung am Start. Wunderbar. So, okay. Hier läutet, Freunde. Warte mal, wir müssen. Warte mal. Dekorationen. Dekorationen. Marktholzbrücke. Weißer nicht genau, wie wir dieses Prunk bekommen. Bürgerliche. Das bringt mir eigentlich auch nichts, ne? Weil ich könnte zwar das Herrenhaus... Fischerhütte wäre schon cool, aber ich habe natürlich auch hier eine Welt ausgesucht. Da ist gerade mal nicht so ganz viel Wasser, ne? Das ist schon... Aber egal. Da kriege ich die Weizenfarm fertig. Direkt 50 Wolle drinne. Wunderbar. 11 Steine. Und die Weizenfarm ist auch fertig. So, direkt mal 3 Leute. Getreide Feld zurücksetzen. Achso, nö. Das brauchen wir ja nicht. Status sehen. Ja gut. Dann macht mal. So, das heißt, wir brauchen jetzt auch noch eine Windmühle. Können wir uns tatsächlich leisten? Das ist cool. Machen wir die direkt mal gegenüber. So. Und dann brauchen wir noch einen Bäcker. Können wir ja mal hier hin bauen. Ach ne. Wir brauchen noch 300 Gold. Ja, okay. Und kann man das eigentlich irgendwie erhöhen, dass man nicht nur 500 hat, sondern mal so ein bisschen mehr, oder? Ja, nicht so. Weil ich glaube, ich hatte irgendwas gesehen, das kostet sogar 1000. Aber das geht ja dann gar nicht. Okay, was machen die jetzt hier? Die hauen jetzt hier einfach Weizen ins Gras, oder? Aber was? Das sieht schon geil aus. Zack, zack. Zack, zack. Mäms. So, ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis das gewachsen ist. So, es gibt keinen landwirtschaftlichen Bereich für Bauer. Was? Hä? Hä? Landwirtschaft. Jetzt wird es hier... Gebäude fertiggestellt. Wohnhaus. Ja, das ist schön. Ohne Zoneneinteilung kann ich nicht pflanzen. Farmbilder Part 1. Hä? Hä? Alles ist gut. Ihr sollt ja nicht nur sehen. Ihr sollt ja auch das Gesäte mal ernten, ne? Ja. So. Die haut Bäume. Dafür fressen hier schon das Getreide. Okay. Er ist dran. Da fehlen noch Bretter, aber wir haben Bretter. Das ist also kein Problem. Und Werkzeuge. Aber auch die haben wir. Wir haben eigentlich alles. Und hier wird keine Kleidung eingelagert, weil die Kleidung wahrscheinlich alles erstmal hierhin geht, ne? So soll es auch sein. Sehr schön. Da verkaufen wir eigentlich 150 Gold haben wir da. Sehr gut. Okay. Jetzt könnten wir uns überlegen, wollen wir erstmal 500 sparen, dass wir uns das Land da hinten kaufen können? Oder wie wollen wir es machen? Okay, hier wächst was? Oder täuscht es? Ne, ein bisschen ist es schon gewachsen. Ja, es wächst. Es wächst. Es gibt keinen landwirtschaftlichen Bereich für Bauern. Status der Farm wachsen. Ja, ist ja in Ordnung. Aber warum wollt ihr denn noch mehr Feld haben? Oder ist das einfach viel zu wenig? So, dann machen wir hier noch die Bäume weg. Hier auch noch Bäume weg machen. Und hier. Da hinten wird immer ordentlich wieder aufgeforstet, ne? Das ist eigentlich schon viel zu viel. Also wenn ich überlege. Die arbeiten hier, glaube ich, Vollzeit wahrscheinlich in dem Wald, ne? Ja, hier. Da sind sie am rumhämmern. Das wächst schon. Also dieses Waldstück reicht, um den komplett auszulasten. Jetzt weiß ich nicht, ob wir wirklich so viel brauchen. Ich würde gerne noch ein zweites Sägewerk tatsächlich machen. Dass wir mehr Bretter haben. Warte mal. Warenliste ein- und ausblenden. So, das ist unsere Warenliste. Mauern bauen. Haben wir noch nicht. Haushalt. Oh, wir machen gerade gut Gewinn. Das ist schön. Ähm, was suche ich denn jetzt? Ich suche gerade eine Liste. Ich meine, ich hätte die schon mal gesehen. Für keinen Auftrag. Ach, das sind Arbeitsplätze. Zwei Holzfelder zugewiesen. Ach, hier kann ich gucken. Steinmetzlager. Steinmetzhütte. Stein haben wir genug. Ne, wir haben gerade keine Aufgaben für die Leute, ne? Das heißt, wir können tatsächlich noch ein Sägewerk einfach bauen. Ne, warte. Wir warten noch ganz kurz und bauen erst die Bäckerei für 300. Weil so wie das aussieht hier, ist zwar noch am Wachsen, aber das geht tatsächlich relativ zügig. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so lange dort. Schätze ich mal. So, wir machen mal kurz ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir Geld. Bäckerei. Zack. Eis. Ich würde gerne dieses Fenster hier ausblenden. Ich meine, ihr seht es zwar nicht, aber es steht einfach nur, es gibt keinen landwirtschaftlichen Bereich für Bauern. Es gibt keinen Landwirtschaftsbereich für Bauern. Was? Wir lassen das einfach mal, aber ich weiß nicht, ob ich das ein- und ausblende. Dorfinformationsfenster. Ah, bleibeigentliche, bürgerliche Einwanderung, fünf Tage. Aufwand und Häuser zulassen. Aufwand und Häuser. Häuserdichte zulassen. Gut. So, wir haben eine Mühle. Und direkt mal zwei Leute, Anna und Agnes, die hier sich dazu bereit erklärt haben, Mehl herzustellen. Das ist sehr schön. Gut. Also, was so die Materialien angeht, haben wir echt gerade gut aufgestellt, würde ich mal behaupten. Ähm, würde eigentlich sagen, dass wir diesen hier mal wegreißen können, ne? Wir machen das jetzt mal da raus. Dann müssten ja eigentlich hier die ganzen, ich meine, ich hole die das ab. Ich reiß den mal weg. Weil ich hätte gern hier den Markt. Das reicht ja auch, wenn hier ein Markt ist, oder? Oh, das passt schon. Okay, die ernten. Die ernten. Wollen wir ein bisschen langsamer machen? Okay. Und die arbeiten auch schon, oder? Ne, noch nicht. Dreht sich nur. Das heißt nur. Wäre schon mal, schon mal gut. Vielleicht ist das doch einfach viel zu wenig für so einen Bauernhof. Der braucht wahrscheinlich hier, weiß ich nicht, so einen Riesenhaufen. Wir machen jetzt erstmal noch ein Sägewerk. Das machen wir hinten irgendwo mit hin. Hier so. Dann haben wir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Holzverarbeitung. Weil wir haben nämlich, glaube ich, auch noch voll viele, ne, einen Arbeitslosen. Ja gut. Ja gut. So, Dorfbewohner fehlt es an Kirche. Oh. Oh, warte mal. Warte mal. Wie ging das denn nochmal? Editieren. Hier können wir jetzt noch was dran bauen, ne? Holzerweiterung. Hauptgebäude. Kleiner Turm. Turm B. Den hatte ich schon hier dran, ne? Tür A. Hauptgebäude. Wenn wir da noch so ein Gebäude mit dran bauen. Sieht dann schon echt scheiße aus, ne? Aber eigentlich funktioniert das, ne? Oder wenn man nur einen daneben. Und hier auch noch eins daneben. Dann ist das halt eine große Kirche. Kirche müssen ja auch nicht immer aussehen wie Kirchen. So, da noch einen kleinen Eingang. Hier noch so ein Holz. Ne, das sieht behindert aus. Ein kleiner ist okay. Ähm. Machen wir das einfach mal, oder? Editieren. Bau beginnen. So. Jetzt haben die richtig zu tun. Okay, jetzt habe ich auf einmal mehr Prunk. Platz für Dorfbewohner 60. Das ist sehr gut. Wartungskosten 24. Wann sehe ich es? Ist auch neuer Hut. Äh. Ton des Glockenturms. Wir nehmen mal das. Wir haben keinen Priester tatsächlich. Ähm. Ne? Das wird ja jetzt gebaut. Das braucht tatsächlich 95 Steine. Die haben wir. 30 Holz haben wir auch. 17 Hacken haben wir nicht. Weil wir haben 0. Ähm. Wir brauchen Händler. Wir bräuchten hier echt mal Händler. Wir könnten aber auch sagen, wir machen die Teile hier auf 30 mal erhöhen. So. Wie sieht das denn jetzt hier eigentlich aus? Wir haben jetzt 7 Mehl. Ah ja. Siehe hier. Und 20 Getreide. So. Das macht hier. Ah. Jetzt sind schon. Sind zwei Leute am Arbeiten tatsächlich. Anscheinend ist das so groß, dass zwei Leute arbeiten. Das ist gut. Ist gut. So. Wir haben einen Bauernhof. Wir haben bald eine neue Kirche, die etwas komisch aussieht. Aber es ist eine Kirche. Äh. Unser Däuf. Unser Däuf funktioniert genau. Genau. Unser Däuf. Äh. Unser Dorf funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Ähm. Wir haben Essen. Wir haben zwar momentan keine, keine Hacken, aber. Ja. Manchmal ist das so. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier weiter basteln. Und mal gucken, was das Ganze noch so für uns im Petto hat. Ja. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, hau drin. Und tschüss. Untertitelung. BR 2018